Ein Sprichwort besagt Wein, das ist Sonnenlicht aufgelöst in Wasser. Ja, um diese Schätze perfekt zu lagern, empfehle ich einen Weinklimaschrank von Haier. Weinklimaschränke von Haier sind die perfekte Lösung für die Weinlagerung zu Hause. Ihr Wein wird geschützt, die Qualität erhalten oder sogar verbessert. Natürlich sind die neuen Weinklimaschränke von Haier auch Smart Home fähig, dank der HON-App. Hier entstehen mehrere Vorteile für Sie. Sie können die Lagerung überwachen, Sie können die Temperatur regulieren, Sie können auch von unterwegs schauen, welche Weine noch bei Ihnen im Lagerschrank sind. Und wenn Sie mal nicht wissen, zu welchem Gericht Sie welchen Wein trinken sollen, empfiehlt Ihnen die App den passenden Wein. Haben Sie den nicht am Lager, können Sie den auch über unsere Kooperation mit Vivigno einfach bestellen. Weiß- und Rotweine bevorzugen ja unterschiedliche Temperaturzonen. Deshalb haben wir oben eine Lagerzone für Rotwein und unten eine Lagerzone für Weißwein und Schaumwein. Was auch auffällt, ist die neue Beleuchtung. Während früher kaltweiße LEDs verbaut wurden, haben wir inzwischen LEDs, die ein warmes Licht machen, was Ihren Wein perfekt präsentiert. Das patentierte Luftstromsystem in diesem Weinklimaschrank von Haier sorgt für eine konstante Temperatur. Eine Abweichung von gerade mal 1 Grad plus minus ist möglich. Außerdem wird der Wein bei einer perfekten Luftfeuchtigkeit gelagert. Die ist hier nämlich zwischen 50 und 70 Prozent. Die Glastür dieses Weinklimaschrankes ist natürlich UV-undurchlässig. Des Weiteren befindet sich hier oben ein sehr schönes, klares und gut zu bedienendes Display. Und der Türanschlag ist natürlich wechselbar. Und damit Ihre Schätzchen nicht in die falschen Hände kommen, ist die Tür natürlich abschließbar. Je länger ein Wein lagert, je besser wird er. Und für die perfekte Lagerung Ihres Weines empfehle ich diese Weinklimaschränke von Haier. Jetzt auch Smart Home fähig.